Ich habe jetzt über mehrere Wochen 50.000 Einheiten Vitamin D pro Tag zu mir genommen und ich lebe immer noch. In dem letzten Video, wo ich über Vitamin D gesprochen hatte, hat mich ja viele gefragt, wie viel nimmst du denn und was nimmst du denn alles und das kläre ich jetzt mal heute und zeige euch mal alle die Sachen, die ich mir jetzt gekauft habe und die ich eingenommen habe und wie ich gerade schon sagte im Intro, ich lebe immer noch, obwohl ich das alles eingenommen habe. Und das ohne ärztlichen Rat oder dass ich zum Arztin gerannt bin. Grundsätzlich ist erstmal für die interessant, oder fangen wir anders an. Die wichtigste Frage ist erstmal, muss man überhaupt Vitamin D nehmen? Ich spoilere auch hier schon mal, nein muss man nicht, man kann sich auch einfach an die Sonne stellen. Problem in der ganzen Geschichte ist ja, wenn man sich so ein paar Videos mal oder andere Kanäle anguckt, für welche von Ärzten, die sich da wirklich seriös mit befassen, dann wird immer die Aussage getroffen, ja man kann Vitamin D auch natürlich bilden, wenn man denn in der Zeit zwischen 11 und 14 Uhr sich einfach in die Sonne stellt. So, wer kann das heutzutage noch? Beziehungsweise man muss sich nicht nur in die Sonne stellen, einfach so, sondern man müsste sich eigentlich auch mit freiem Oberkörper und in der Badehose in die Sonne stellen. Und das Problem ist, ja das haben wir eigentlich nicht mehr oder so gut wie gar nicht mehr, außer im Sommer, wenn wir mal in den Urlaub fahren und sitzen am Strand oder sonst was. Aber darauf will ich gar nicht eingehen, sondern es soll ja hier darum gehen, warum ich wochenlang Vitamin D hochdosiert, also sprich 50.000 Einheiten pro Tag genommen habe und wie es mir jetzt dazu geht. Aber fangen wir mal an, wie ich eigentlich vorgegangen bin, damit man erstmal weiß, wo man überhaupt steht. Fakt dürfte sein, oder ein Fakt dürfte sein, dass ziemlich viele Leute an den Vitamin D Mangel haben, also sprich unter 30 liegen. Und das war auch bei mir der Fall, bei mir war es ein Wert, kann ich ja mal eben einblenden, von 10,1 oder irgendwie sowas. Bei der Pommesfrau war es sogar noch niedriger und alle, die ich persönlich kenne, die haben mir auch ihre Testergebnisse zugeschickt. Und selbst die waren auch alle weit unter 30, also alle definitiven Vitamin D Mangel, wobei viele Ärzte sagen, ja, einen Vitamin D Mangel gibt es eigentlich in Deutschland gar nicht. Und ein ein völliger Quark. Wie gesagt, ich schicke euch, aber nicht, ich schicke euch dann in die Videobeschreibung nochmal rein, dann zeige ich euch nochmal ein paar Links von ein paar Videos von wirklich, wirklich seriösen Quellen, sage ich mal jetzt, wo ihr das nachgucken könnt. Aber kommen wir jetzt dazu, wie ich angefangen, oder wie ich das Ganze gemacht habe. Als allererstes muss man einen Test machen. Den Test kann man auf verschiedene Varianten machen. Methode Nummer eins ist, du gehst zu deinem Hausarzt hin und sagst, ich hätte gerne einen V-Mind-Test. Den muss man bezahlen, kostet irgendwas, roundabout 30 Euro ungefähr. Kann man nicht mit einem Bluttest machen, einige Ärzte können das auch über die Krankenkasse abrechnen, machen viele aber nicht. Das wird eigentlich immer so, wie heißt das so schön, Igel-Leistung ungefähr, das muss immer extra bezahlt werden. Auch wenn man ein großes Blutbild macht, die Pommesfrau war sogar letzte Tage noch mehrmals zum Arzt und hatte da so ein Bluttest machen lassen. Selbst da wird Vitamin D nicht abgefragt, weil das immer kostenlos ist. Warum? Ja, kann man jetzt nur mutmaßen, wahrscheinlich einfach nur Geldmacherei, aber die Leute wollen nicht, dass es den Menschen gut geht. Das ist Variante eins. Variante zwei ist, man kann sich bei CeraScreen so einen Test bestellen. Verlinke ich auch mal in der Videobeschreibung, könnt ihr auch sonst woanders kaufen, wäre doch völlig glatte, wo ihr das holt. Kostet irgendwas mit 28,50 Euro. Dann bekommt ihr so ein Set nach Hause, da ist so eine Lanzette dabei, da piekt sich einmal ein Finger. Dann hat man so eine Karte dabei, ich sag mal so ein Karton, wo man vier Tropfen Blut drauf machen muss. Schickt das Ganze ein, das geht an ein Labor und man kommt dann auf dem Handy, wie ihr das gerade schon in den Screenshots gesehen habt, bekommt man dann diese tollen Auswertung, wo man denn letztendlich ist. Dann gibt es noch eine etwas coolere Variante, kostet irgendwie 8 Euro mehr oder 10er, irgendwie 39 Euro ungefähr. Hat auch ein Kumpel von mir gemacht. Da geht das schneller, das heißt bei der Variante mit dem Einschicken dauert es halt eben 3, 4 Tage ungefähr, bis das ganze Ergebnis ankommt. Wenn man das mit dieser Handy-App macht, das Ganze geht es ein bisschen schneller. Dann geht es innerhalb von, ich sag mal, einer halben Stunde ungefähr, kostet allerdings auch ein 10er mehr. Der Nachteil bei dieser Handy-App-Sache ist, dass Werte über 100 als zu hoch eingestuft werden. Also die werden nicht mehr angezeigt, sondern einfach nur, es ist drüber und bitte gehen Sie sofort zum Arzt, ziehen Sie nicht mehr los, ziehen Sie keine 2.000 Euro ein und sowas alles. Also die Werte werden da hoch oder runtergerundet. Das heißt, alles was unter 100 ist, dann ist es aber gesagt, grundsätzlich braucht man ja nur eine grobe Richtlinie. Ob der Wert jetzt 10,1 ist oder 10,5, das ist letztendlich sowieso egal. So, Fakt war, ich habe dir bei Cera Screen diesen Test bestellt, habe den gemacht, den eingeschickt, das Ergebnis bekommen und dann wusste ich, wo mein Wert war. In diesem Fall war es ja 10,1. Ich habe also einfach 10 genommen, damit man es rechnen kann. Dann gibt es eine Webseite, da gibt es einen kostenlosen Rechner, da gibt man diese Daten ein, also sprich den Grundwert, den man hat, weil den braucht man, ohne den geht es nicht. Dann gibt man sein Körpergewicht ein und dann gibt man seinen Vitamin-D-Spiegel ein, den man gerne hätte. In meinem Fall war es 100, warum war es 100? Weil ich mir von der Doktor von Helden viele Videos angeguckt habe und er hat gesagt, das ist ein Vitamin-D-Spiegel von 100, den alle Ärzte nicht empfehlen, das wäre viel zu hoch. Habe ich angepeilt. Grundsätzlich geht es aber darum, man kann auch rein theoretisch Vitamin-D überdosieren, aber erst ab einem Wert ab 250 könnte es Probleme geben. Also wenn man einen Wert von 100, der von Doktor von Helden, der sich wirklich Jahrzehnte mit dem Scheiß befasst, da diesen Wert anpeilt, dann ist man sowas von im grünen Bereich und er nennt das immer dann Tropenniveau, also sprich man würde praktisch im freien Oberkörper in den Tropen rumrennen und hätte dann einen natürlichen Vitamin-D-Spiegel. Den habe ich angepeilt und der hatte mir dann gesagt, dieser Rechner, dass ich, Moment, welche sind es genau, dass ich über drei Wochen lang 50.000er nehmen muss. Das sind hier so dicke Kapseln, das sind 50.000 Einheiten, diese Kapseln, die habe ich jetzt drei Wochen lang genommen, weil laut diesem Rechner nach 21 Tagen habe ich dann einen Wert von 100 erreicht und muss dann nur noch eine Erhaltungsdosis nehmen und die setze ich dann bei mir folgendermaßen zusammen, das sind dieser Haltungsdosis, wie gesagt, der spuckt dieser Rechner dann auch aus, der sagt dann aus, Moment, wo ist es genau, dass ich circa 12.000 als reine Erhaltungsdosis nehmen muss, also wie gesagt, weil der Körper ja jeden Tag auch Vitamin-D wieder verbraucht. So, das ist dann das Zeug, 10.000er gab es aber einfach gar nicht bei dem Shop, deswegen habe ich 5.000 genommen und nehme da halt zwei von, zweimal fünf ist ja auch zehn, es wäre sogar noch ein bisschen drüber, das sind hier dann so ganz kleine sind das Kapseln und dazu nehme ich noch, weil das auch von allen empfohlen wird, auch von den Ärzten und zwar einmal ist das K2, das soll man immer mit dabei nehmen, damit Vitamin-D passend in den Körper gelangt und ich habe da halt noch Magnesium genommen, weil ich immer Probleme auch mit so Wadenkrämpfen und so hatte und seitdem ich da hatte, das genommen habe, ist das auch verschwunden. So, das war erstmal die grobe Richtlinie, was ich genommen habe, was ich gemessen habe und wie ich es eingenommen habe. Wie ich gerade schon sagte, nehmen muss man das überhaupt nicht, man kann auch, ich habe auch 50 Jahre so überlebt, ohne das zu nehmen, aber seitdem ich das nehme, fühle ich mich erheblich besser und ich habe auch viele gefragt, also die ich persönlich kenne, nicht online oder irgendwo was nachgelesen, sondern ich habe viele damit angesteckt und habe gesagt, mach doch auch mal einen Test und probiere das mal aus und habe die dann gefragt, hör mal, was ist denn jetzt? Und keiner von denen, die ich wirklich persönlich kenne, keiner von denen fühlte sich schlechter. Also im Gegenteil, alle fühlen sich nur noch besser. Von daher hat es mich bestätigt, auch mit dem, was ich selber recherchiert hatte, mit den Doktor von Helden Videos und auch mit der Doktor von Helden Webseite und sowas alles, dass es eigentlich nur eine Win-Win-Situation ist. Das heißt, man fühlt sich besser, viele Wehwehchen verschwinden automatisch. Ich kann mal berichten von den Leuten, wo ich das weiß, die mir selber berichtet haben. Also wie gesagt, können sich ja nicht alle irgendwas ausdenken. Also da waren Sachen dabei wie keine Gelenkschmerzen mehr, fast keine Kopfschmerzen mehr, so gut wie keine Migräne mehr, kein Wasser mehr in den Beinen, besseres Sehen, besseres Hören, fast keine Rückenschmerzen mehr. Ich bin überlegen, was mir noch alles einfällt. Auf jeden Fall alles so Sachen, die mir halt eben wirklich Leute, die ich persönlich kenne, berichtet haben, seitdem sie Vitamin D nehmen, haben sich diese Symptome verbessert oder sind komplett verschwunden. Der eine mag sich das Fokus-Pokus ansehen und wie gesagt, alle, mit denen ich mich unterhalten habe, haben gesagt, Alter, ich will mir das nicht einbilden, aber ich kann jetzt wirklich besser sehen oder ich kann besser hören oder guck dir an, hier mein Wasser in den Beinen ist ebisch besser geworden, ich habe keine Gelenkschmerzen mehr. Bei mir ist es zum Beispiel so gewesen, dass ich ja immer Rückenschmerzenprobleme hatte und nachts nie pennen konnte wegen Rückenschmerzen, seitdem ich Vitamin D nehme. Nicht nur, weil ich Vitamin D nehme, aber meine Rückenschmerzen in Kombination, dass ich so ein leichtes Rückentraining mache, sind die auch so gut wie komplett verschwunden. Gleiches gilt hier, wo ich dieses Magnesium hier wieder jetzt, seitdem ich das nehme, auch seitdem nicht einen Wadenkrampf mehr gehabt habe, also mir geht es megamäßig geil. Also ich kann es, ich kann es selber echt nur weiterempfehlen und ich würde auch jeden damit anstecken und sagen, probiere es einfach mal aus, weil du kannst nichts verkehrt machen. Kostentechnisch, wie gesagt, ich habe da nichts von, wenn ich das hier präsentiere, ich verdiene da nicht einen Cent von, ihr könnt das auch kaufen, wo ihr wollt oder halt eben auch nicht kaufen, ihr könnt euch einfach nur in die Sonne stellen. Roundabout ist man im Jahr, wenn man jetzt hier so K2, Vitamin D und auch vielleicht Magnesium, bis im Jahr bei 50 Euro. So 50 Euro dafür, dass es dir in irgendeiner Weise, keine Ahnung, was ich, keine Depressionen mehr hast, keine Schmerzen mehr, Wehwehchen oder sonst was. Ich glaube, ich wüsste nicht, wie man 50 Euro geiler, besser anlegen könnte, ohne dass ich hier Werbung machen will, ihr braucht es nicht kaufen, ihr könnt es kaufen, müsst da nicht, ich will da auch nichts von haben. Ist mir völlig Latte. Ich weiß, dass einige sehr kritisch dem gegenüberstehen, die sollen es halt eben nicht nehmen. Punkt. Ganz einfach ist es. Für die anderen, die es interessiert, wie gesagt, ich packe mal so ein paar Links rein. Diese 50.000er zum Beispiel, die kriegt man nur bei WLS, unter anderem. WLS, das ist so eine Firma, die sitzt in Holland, dauert einen Tag länger, das Ganze zu bestellen. Die haben auch diesen Cera-Screen-Test oder so. Ich habe das auch nur von einem Kumpel bekommen, die Adresse, die Webseite und habe das dann da bestellt und bin damit bestens zufrieden. Also von daher sagt mir geht es ganz gut und jetzt habe ich mir noch hier so ein, gibt es ja auch bei Amazon, diese Dinger hier, habe ich mir bestellt. Da kann man dann seine portionsweisen täglichen Tabletten reinballern, hier zum Beispiel jetzt hier für Donnerstag wäre, das ist dann halt eben, das ist hier so eine Magnesium, dann habe ich ja zwei von den Vitamin D und die eine ist hier die K2-Tablette. Und die Dinger sind eigentlich ganz hilfreich. Und jetzt mal jetzt, wenn ich frühstücke, dann basse ich mir da so eine Dröhnung davon rein. Und ja, wie gesagt, ich würde es auf jeden Fall definitiv weitermachen, weil es mir seitdem viel besser geht, gesundheitlich, ich auch irgendwie gefühlt fitter bin. Klar, ich mache ja auch nebenbei immer noch diese 16-8 Intervallfasten und noch so ein bisschen moderaten Sport, also sprich, ich gehe viel mit dem Mund raus und fahre auch mal Roller oder so, aber jetzt nicht übermäßig. Aber ich würde sagen oder würde behaupten, dass das ein Mittelchen oder diese, dass die Dinger so Mittelchen sind, die das Ganze nochmal positiv noch mit unterstützen. Und ich habe, wie gesagt, keinen getroffen, also weder online noch offline, der gesagt hat, seitdem ich Vitamin D nehme, geht es mir schlechter. Nicht einen einzigen, also ich glaube, da muss man sehr lange googeln oder der muss schon ganz gravierende Sachen haben, dass Vitamin D da schlecht wäre. Ja, 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 das war es dann schon für dieses Video. Schaut mal die Videobeschrauber rein, ich habe da ein paar Dinge mal verlinkt. Wer da Bock drauf hat, kann sich da weiter informieren. Wie gesagt, ihr seid ja alle über 18 und seid, naja, könnt ein bisschen googeln und könnt ein bisschen auf ein paar Links klicken und könnt das glauben oder nicht glauben. Ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen, ob ihr es macht, bleibt euch gefallen lassen. Wie gesagt, ihr seid ja alt genug. Ihr kennt das in diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video schon dann mit einem Rezept wieder. Bis dann. Tschüss.